Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Tobi Radloff hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gemüse-Gag. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber hey, pass mal auf, ich hab sogar schon einen. Was hören? Mein Vater lebt ja nur von Gemüse. Frag mal, Vegetarier? Vegetarier? Nee, Gemüsehändler. Oh. Verstehst du? Das ist schön. Der verkauft das Zeug nur. Ja, 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 ja. Aber ich hab auch noch einen, pass mal auf. Das meistverkaufte Gemüse ist ja, glaube ich, der Bestsellerie. Bestsellerie. Ja, 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 ja. Fünf Euro in die Wortspielkasse? Ja. Aber stark. Ah ja. Aber ich hab auch noch einen, Achtung. Hm. Die Teilnehmerinnen von Germany's Next Topmodel erinnern mich auch alle an Gemüse. Frag mal, meinst du junges Gemüse oder Stangenspargel? Meinst du junges Gemüse oder Stangenspargel? Nee, Schnittlauch. Sie treten gebündelt auf und sind alle hohl. Alles klar, im Prinzip waren das drei Gags, die du mir untergejubelt hast. Na ja, dann nehmen wir mal doch die. Komm, hochschicken, Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.